Guten Morgen, liebe Abonnenten, liebe Community. Moneymaker ist wieder am Laden hier für euch, damit ihr neuen Stoff bekommt. Ja, schauen wir jetzt gleich mal, wenn er 30-30 geladen ist. Gehen wir mal Gas, gucken wir mal. Hier wollte ich mal Elephants zocken. Und hier, wie gesehen, Hexenkessel. Vielleicht mal was anderes spielen. Immer dasselbe, was ja auch langweilig ist. Obwohl ich gerne Tizone und so spiele, das wisst ihr ja selber. Schauen wir mal, greifen wir gleich mal an. So Leute, anfangen wir an. Na komm, das Ganze ist schwach, mal anfangen. Gucken wir mal, was der hier treibt. Wenn er kommen, gehen wir eine Stufe höher einmal. Das war ja auch nicht schon. An die Roboter. Gucken wir mal, was der hier geht. Wo wirklich? So, dann geht hier ab. Na, Hexenkessel geht auch mal gut. Ah, wenn er läuft. Läuft nicht mehr. Zuletzt haben wir ein geiles Video gesehen. Von einem anderen Abonnenten. Ja, Abonnent war das, hat er mir geschickt. Ja, der ist bis zu dem Ding da gekommen. Komm. Klar, fehlt da einer. Wenn alle da sind. Das wäre ja normal. Danke dir, ne? Danke schön. Klar, leckerer Blas-Supp hier. Klar. Du stehst aus mich. Logisch. Logisch. Ja, morgens brauchst du meinen Kaffee, jung. Weißt du doch. Klar läuft da ohne Kaffee gar nichts. Morgens läuft sogar eine Laberfläche schwer. Das ist immer sehr anstrengend. Auf jeden Fall, Mann. So einen schweren Tag gestern gehabt, ja. Ja. Ja, so ein paar Bücher. Ja. Ja, bringt das nichts. Klar nicht. Mach du andere Videos, dicker. Lad die später nicht hoch, dann sehen die das schon bei mir. Na Leute, geht doch nicht. Dass der Günni hier mein Content hier klauen will. Ja. Ja. Klar. Klar. Ja. Bist du denn am Arsch, oder was? Komm. Nee. Schwein. Nicht mal den 30er hier. Zu teuer. Ich lass dich jetzt noch einmal kommen. Wenn du nicht reingeht, geh ich auch 60fach. Ja. Klar kommt der nicht. Logisch. Klar ist das ja drin. Klar ist das schon der Hauptgewinn am Anfang mit einem Euro. Klar ist das der Hauptgewinn am Anfang mit einem Euro. Klar ist das der Hauptgewinn. Mann, 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 Mann ey. Mach mal den Mann immer alle Daumen. Ach nein, du brauchst ja 6, dicker. Alle 6 brauchst du ja, stimmt ja. Du hast mich schon voll rausgebracht, Mann. Na, jetzt brauchst du auch 60. Ja, warte. Ich hab so ein doofes Gefühl. Ja. Klar, wenn du jedes Mal zurückkommst, dass der nicht kommt. Ich bin auch schon längst weg. Klar ist noch um die Ecke geguckt. Das hab ich gesehen hier in der Kamera. Ja, ich bin schon längst weg. Ja. Klar, hab ich den doofen Eierkopf da noch gesehen. Ja, das ist ja. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ja, auf jeden Fall, Mann. Du bleibst sowieso krumm ab 15 oder 16. Ich glaub, der geht jetzt rein. Wenn der Suppe nur noch einmal kommt. Ja, kann das passieren. Deswegen kommt die auch nicht mehr. Was geht ab hier, Echse? Komm raus aus deinem Sau-Stall. Ja, das ist ja nicht mehr. Ja, das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr. Warte noch einmal. Das ist ja nicht mehr. Ich kann nichts mehr anbieten. Ja, dann sag der schon mal an und ausmachen, Mann. Okay. Ja, dann schütze ich euch. Drück mal den Startknopf oder so. Weißt du, manchmal gehen die ja in diesen Modus da rein. Das ist wie Ghost-Modus. Klar macht er hier 0.0 Veranstaltungen. Ja, da ist der Platt. Jetzt könnte es ja schon längst gesagt sein lassen. Wovon soll der Platt sein? Er hat doch noch gar nichts geschmissen, Carla. Von hier ist ein Abend vielleicht noch. Hm, hm, hm. Dann gehen wir mal in die andere Kiste, Leute. So, dann gucken wir mal bei Elephants, was hier abgeht. Gut. Göni hat da hinten schon wieder die Kiste zerfetzt. Ah, Mann, Mann, Mann. Ah, Mann, Mann. Wie? Schön durchgelaufen die Scheiße an der Mitte. Klar. Klar läuft hier auch nichts. Klar, Mann, ist hier fast fast angesagt. Logisch. Mann, jemand meint, hast du ein gutes Gefühl für heute oder nicht? Oh, keine Ahnung, Alter. Ich bin da immer entspannt, ey. Komm, komm, wenn nicht, nicht. Was soll ich machen? Gefühls kalt für Maschinen. Was ist los hier, ja. Kann ich schon sagen, er hat ja nicht mal ein bisschen Anzeichen oder was. Klar gehe ich jetzt mal Popcorns Closet Video machen. Logisch, muss hier mal draufheben. Weil ich pinkeln muss, logisch. Klar, die ist nämlich mal da rot. Klar, merkst du das am besten noch nicht. Klar, mache ich jetzt hier so eine Hängchen in den Spiegel rein. Klar, merkst du das am besten nicht. Außer auf Pause. Klar war es nicht. Wäre ja total hängen geblieben. Klar, werden wir auch im Zehntausender Abonnenten-Special-Treffen nur Maske anhaben. Logisch, müsst ihr die Maske ersteigern, damit wir die ausziehen. Unter zehn Blattieter ja nicht. Minimum. Minimum. Er macht viel zu wenig Zeichen hier. Ja, das wird nichts. Musst ihr öfters zwei Dinger zeigen. Klar, bin hier. Bleib bloß weg jetzt. Pass mal auf, der Seuchenvogel kommt jetzt noch. Komm, beeil dich hier. Ja, schade. Ich gucke immer nur in den Spiegel, ob der Gyni kommt, weißt du. Der Pischvogel. Komm. Ich habe irgendwie das Gefühl, der macht jetzt einen Kracher. Ich habe schon mal besser meinen Maul gehalten. Mann, 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 Mann. Ja, das war ja gar nichts. Nulting. Oh, es muss man ja ein Buch nur sagen. Nulting. Der Pischvogel. Und ja. Und das war bei mir im Boot rein. Herr, ich möchte nicht das Ganze, wie ich fertig bin. Ich versuchte mir, dass ich mich ziemlich gut weiß. So, wenn er das abgespielt hat, dann würde ich das Video mal auf Stopp machen, Leute, dann muss ich einen neuen Teil machen, wegen der Bucherei natürlich. Göni hat Freiespiele gekriegt und höre ich doch bis hier, ich frage jetzt mal extra auf doof. Göni, hast Spiele gekriegt? Ja. Das wollte ich nur hören. Du krumme Kiste hier, du krumme Kiste, irgendwie weiß ich nicht, das Gefühl hat mich ja gerade schon getäuscht, hat der bezahlt. Irgendwie so ein Feeling, dass der nochmal reingeht, ich weiß nicht warum. Soll ich ein Vogel, ich glaube ich muss mal wieder alleine zocken gehen, das sind alles solchen hier, die ich immer am Bein habe. Klangst du? Mann, Mann, Mann. Ach ja. Komm, jung, zeig mal die zwei Dinger an. Nein, nein. Schweinehund. Puh. Es neigt sich zum Ende zu hier für diesen Teil. Ich muss schnell nachladen. Ich muss noch mal reinkommen können zum guten Schluss. So Leute, Teil 1 zu Ende, Teil 2 ist in Machel. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren, Daumen hoch, euer Moneymaker.